Hier kommen sieben Tipps, die deinen nächsten Urlaubsfilm sofort um 700% besser machen. Urlaubsfilm-Tipp Nummer 1. Hier kommt der Trick, wie ihr auch mal alle zusammen im Bild seid. Wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, habe ich immer das hier dabei. So ein Mini-Stativ. Darauf schraube ich noch so eine kleine Klammer. Und da spanne ich dann mein Handy ein. Warum das wichtig ist? Na, damit ihr auch mal alle zusammen im Bild seid. Damit du mit drauf bist auf den Urlaubsaufnahmen. Sonst heißt es nämlich später, super Urlaubsfilm. Aber wo mal damals eigentlich Papa oder Mama? Ich bin übrigens Christian, Filmemacher und Familienvater. Hier auf YouTube mache ich tolle Videos darüber, wie man tolle Videos macht. Tipp 2. Ist euer Urlaubspanorama noch so schön? Schwenken solltest du nicht. Horizontales Schwenk ist sehen nachher beim Anschauen immer kacker aus. Den Betrachter wird schwindelig. Die Lösung? Halt dein Smartphone still und lass die Bewegung lieber vor der Kamera passieren. Urlaubsfilm-Tipp Nummer 3. Ziehst du auch manchmal das Bild mit zwei Fingern auf, um noch weiter in den Bildausschnitt hinein zu zoomen? Mach das nicht, das ist nur ein Digitalzoom. Der verschlechtert deine Bildqualität. Das Bild wird pixelig und deine Aufnahme verwackelt. Finger weg vom Digitalzoom. Die Lösung? Benutze den Zoom mit den Füßen dran. Also geh näher ran an dein Motiv. Nummer 4. Willst du dir deine Urlaubsfilme später gemütlich mit deiner Family auf eurem Fernseher anschauen? Dann filme niemals im Hochformat, sondern immer Querformat 16 zu 9. Damit vermeidest du die schwarzen Ränder links und rechts und du hast auch nicht so viel Boden und Himmel im Bild. Du brauchst übrigens dann auch weniger hin und her zu schwenken. Querformat ist übrigens auch fürs Fotografieren sinnvoll, denn deine Fotos kannst du ja später auch in deine Urlaubsfilme einsetzen. Hochformat ist Mist. Der Beweis, hätte der liebe Gott gewollt, dass wir im Hochformat fotografieren und filmen, dann hätte er unsere Augen übereinander angeordnet. Hat er aber nicht. Urlaubsfilm-Tipp Nummer 5. Damit deine Aufnahmen draußen nicht verwackeln, halte dein Smartphone beim Filmen mit beiden Händen und nicht mit ausgestreckten Armen, sondern so nah am Körper wie möglich. Tipp Nummer 6. Gute Tonqualität. Urlaubsfilme bestehen ja nicht nur aus Videobildern, sondern auch aus Audio. Weil du die Stimmen deiner Familie in guter Tonqualität bewahren möchtest, verlass dich nicht auf die winzigen Mikrofone am Handy, sondern hol dir so ein kleines externes Mikrofon zum Anstecken. Bevor ich dir gleich den siebten und wichtigsten Trick verrate, überleg mal kurz. Hey, warum sind deine Urlaubsfilme für dich überhaupt so wichtig? Antwort, weil du dir dann für den Rest deines Lebens Aufnahmen von dir anschauen kannst, so wie du wirklich bist, denn daran wirst du dich später erinnern. Im Urlaub bist du entspannter, du hast weniger Verpflichtungen als im Alltag, keine Ablenkungen, keine Termine. Und deshalb können wir im Urlaub so sein, wie wir wirklich sind. Und so wie wir sind, bleiben wir dann auch im Urlaubsfilm in Erinnerung. Wir verbringen als Familie mehr Zeiten miteinander, echte Quality Time. Wir sind viel draußen, aktiv, entdecken gemeinsam Neues. Fehlt für dich jetzt eigentlich nur noch eine Komplettanleitung für Urlaubsfilme? Und die gibt es und die schenke ich dir jetzt. Aus meinen 18 Jahren Erfahrung im Filmen und Schneiden vom Urlaubsfilm habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht. Ein Urlaubsfilm-Online-Kurs, den du dir hier kostenlos runterladen kannst bei Urlaubsvideos-Machen.de. Der Link ist auch direkt unter diesem Video. Überleg mal, warum haben schon unsere Eltern damals im Familienurlaub zur Videokamera gegriffen? Sie wussten intuitiv, warum es so wichtig ist, die Erinnerung an diese gemeinsame Familienzeit im Film festzuhalten. Also, hol dir meinen Kurs und weiter geht's mit Tipp Nummer 7, dem wichtigsten Trick für geniale Urlaubsfilme. Denn wie schaffst du es im Urlaub beim Filmen, dass einerseits du tolle Aufnahmen machst und zweitens bleibt alles echt und authentisch. Alle machen mit und alle behalten ihre gute Laune. Da habe ich noch fünf schnelle Tipps für dich. Erstens, wenn ihr euch filmt, dann zeigt euch so, wie ihr seid vor der Kamera. Und hinter der Kamera. Denn daran wollt ihr euch später erinnern. Zweitens, beobachten statt inszenieren. Denn in guten Urlaubsfilmen wird nichts gestellt. Denn wenn du Kindern Ansagen machst, was sie sagen oder tun sollen, verlieren sie den Spaß. Wiederhole keine Szene. Niemand muss in die Kamera lächeln. Sei kein Regisseur. Sei mit der Handykamera einfach nur Beobachter. Drittens, Geduld haben. Den perfekten Moment auch noch im perfekten Video festzuhalten, das klappt selten. Also hab Geduld, lass die Kinder ihr Ding machen. Dann wird der richtige Moment zum Film von ganz alleine kommen. Viertens, Kinder beim Film einbinden. Manche Eltern sagen, ihre Kinder sind kamerascheu. Kamerascheu, der einfachste wie Kinder an Kameras zu gewöhnen. Bände sie ein, lass sie auch selbst mal Aufnahmen machen. Oder mach dem Urlaub alle zusammen einen kleinen Video-Wettbewerb. Fünftens, Emotionen einfangen. Als Urlaubsfilmmacher machst du mehr als nur zu dokumentieren, was im Urlaub passiert. Du fängst auch eure Stimmung ein. Und glaub mir, nein, das sind nicht die langen Sonnenuntergänge. Echte Gefühle machen deinen Film erst zu einem Urlaubsfilm, den ihr euch jedes Jahr wieder anschauen wollt. Jetzt bist du dran, hol dir mal eine Anleitung, den Urlaubsfilmkurs. Geh hier auf urlaubsvideosmachen.de oder klick einfach den Link direkt unter dem Video. Wenn du den Kurs jetzt schnappst, dann ist er für dich kostenlos und er bleibt auch kostenlos. Keine Haken, kein Abo, kein Schnickschnack. Bis dahin, filme deine Lieben und liebe deine Filme. Und Klappe! Und Klappe!